Was war das? Schaut, das ist ein Schlager. Andere Sprüche. Das ist eine Schneeäule. Wo ist die Eule? Genau, hier ist sie. Das ist eine Schneeäule. Vorsicht, Annie. Vielleicht ist sie eine nette Schneeäule. Ich weiß nicht. Schneeäule, kannst du ein weniger gruseliges Geräusch machen? Eher nicht. Hey, ich hab einen Plan. Wir zeigen der Schneeäule einfach unser Garten. Eine schöne Idee. Schneeäule, willst du einen Quatsch mit lernen? Auf geht's. Wir zeigen der Schneeäule, wie man Quatsch macht. Könnt ihr Flügel schlagen wie man eine Schneeäule? Ja, genau so. Jetzt zeigen wir uns die Schneeäule immer richtigen Quatsch. Flabba da ba da ba da ba da. Das war's für heute. Wo ist der Fuchs? Genau, da ist er. Das ist ein Polarfuchs. Der sieht irgendwie gefährlich aus. Dann zeigen wir den Polarfuchs und wer Quatsch sieht, könnt ihr mit dem Schwanz wackeln, wie ein Polarfuchs? Gut, jetzt zeigen wir es dem Fuchs. Wackelt mit dem Schwanz und bläht. Das ist kein Grusen, ihr sollt mehr. Du bist ein Knutzt, das war. Wir sind ein Polarfuchs, das ist ja. Vielen Dank.